Sein Gesicht ist den meisten Sportfans in Deutschland bekannt. Matthias Obtenhövel berichtet regelmäßig für die ARD über Fußball und Wintersport. Privat schwärmt der Moderator zusätzlich für eine andere Sportart. Tennis war immer meine absolute Leidenschaft. Ich habe sehr früh Fußball gespielt, habe aber dann so mit 12, 13 Jahren mit dem Tennis angefangen. Das war alles noch vorm Bäckerboom, also komme aus einer tennisbegeisterten Familie und spiele das bis heute sehr gerne. Mit vielen weiteren prominenten Persönlichkeiten steht er für den Deutschen Tennisbund vor der Kamera. Als Teil der neuen Online-Kampagne Unser Tennis berichtet er über seine Faszination für den Tennissport. Tennis ist mein Sport, weil diese Sportart wahnsinnig abwechslungsreich ist, spannend und man kann bei keiner anderen Sportart sich so großartig auspowern. Man gibt sich am Netz die Hand, umarmt sich, schweißgebadet und hat die besten 60 Minuten seines Lebens gehabt. Neben Matthias Obdenhövel und seinen Kollegen kann jeder Teil von Unser Tennis werden. Infos rund um die Kampagne gibt es auf unsertennis.de. Dort befinden sich zudem weitere spannende Inhalte, wie zum Beispiel den größten Tennistraum von Obdenhövel und seine persönlichen Tennis-Anekdoten zu mehreren Jugendbegegnungen mit Boris Becker. Klickt euch rein und erfahrt, was es mit diesem Schweißband der Legende auf sich hat, das der Moderator bis heute auf den Platz trägt.